Das kann man eigentlich nur verhindern, wenn ich dahinter die Hand komme. Das kann man eigentlich nur verhindern, wenn man nicht mehr verhindern, wenn man nicht mehr verhindern kann. Das kann man nicht mehr verhindern, wenn man nicht mehr verhindern kann. Das kann man nicht mehr verhindern, wenn man nicht mehr verhindern kann. Das kann man nicht mehr verhindern, wenn man nicht mehr verhindern kann.